Stripping ist ein Jargon-Ausdruck und bedeutet die Reduktion von Zahnschmelz zwischen den Zähnen. Mediziner sprechen vom ASR, Approximaler Schmelzreduktion. Wieso wird eigentlich überhaupt der Zahnschmelz reduziert? Nun, die Indikationen sind vielfältig. Zum Beispiel bei Zahnfehlstellungen kann ein leichter Platzmangel behoben werden, um die Form der Zahnfleischpapille positiv zu beeinflussen, um Zahnbewegungen im Rahmen einer Zahnspangentherapie zu beschleunigen. Bei der ASR wird der Zahnschmelz mit einem Schmirkelelement abgetragen. Im Film sehen Sie einmal die Abtragung mit Polierstreifen oder mit maschinell angetriebenen Polierscheiben. Zuerst beginnt man immer mit sehr rauen Polierelementen. Das führt zu guter Schmelzentfernung und wenig Hitzeentwicklung. Dann sollte wie in dieser Animation immer mit feiner werdenden Polierelementen nachgearbeitet werden. Denn ein rauer Schmelz ist anfälliger gegen Karies. Eine Glättung ist also extrem wichtig. Durch den Zahnschmelzverlust kann der Zahn anfälliger gegen Karies werden. Deshalb sollte sehr wenig abgetragen werden und die Indikation genau überlegt sein. Bei bestimmten Zahnspangen, den sogenannten Aligners, mehr dazu im gleichnamigen Video, wird häufig sehr unbekümmert und viel gestrippt. So erreicht man zwar die Zahnbewegungen, leider auf Kosten der Zahngesundheit. Aber nicht nur der Zahn kann bei übermäßigem Strippen geschädigt werden. Wird nämlich zu viel vom approximalen Schmelz, das ist der Schmelz zwischen den Zähnen, abgetragen, dann rücken die Zähne so nah aneinander, dass kein Platz mehr für den Knochen bleibt, wie in dieser Animation zu sehen. Die Folge ist ein Knochenrückgang. Sie merken eventuell Zahnfleischbluten und nach Monaten, Jahren ist der Zahn dann locker. Die Folge ist ein Knochenrückgang.